Und jetzt möchte ich den Bernd bei uns begrüßen. Bernd ist der Geschäftsführer, oder einer, ihr seid zu zweit? Wir sind zu zweit, ja. Einer der beiden Geschäftsführer und Inhaber von Netways in Nürnberg. Ich bin sehr froh, dass er bei uns heute spricht und wird uns etwas erzählen über Logstash und Ikebana und so weiter. Ja. Vielen Dank, Bernd. Danke dir. Ich bin ein Blödsinn, ja. Vielen Dank. Vielleicht musst du zu Channel 2 für Franconia-Translation switchen. Hoffentlich nicht. Nein, ich mache es in Deutsch. Ich muss jetzt erstmal sicher leisten, dass nach Mittagessen keiner einschläft. Ich werde mein Bestes tun. Erfahrungsgemäß ist mir dann immer ein bisschen müde. Nochmal vielen Dank auch an Matthias und sein Team, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sprechen. Es geht heute um Elasticsearch, Logstash, Ikebana. Ich versuche ein bisschen langsamer zu reden, um es den Herren in der Translatorbox, Damen und Herren, nicht so schwer zu machen. Ich neige dazu, sehr schnell zu sprechen. Ich bemühe mich. Gegenstände werfen oder winken und dann versuche ich wieder langsamer zu werden, falls ich im Laufe des Vortrags die Performance etwas enhance. Um was geht es? Ganz kurz eine Vorstellung zu mir. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer, wie Matthias schon gesagt hat, der Firma Netways in Nürnberg. Bin auch in dem Icinga-Projekt sehr aktiv. Alles, was um DevOps-Days weltweit geht, engagiere ich mich sehr. Und wer es sich antun möchte, kann mir gerne auf Twitter folgen unter dem Begriff GetHash. Ansonsten noch zwei Slides zur Firma, zur Firma Netways. Wir machen Open Source im Rechenzentrum. Das ist letztendlich der Oberbegriff. Wir sitzen in Nürnberg ein bisschen hier eineinhalb Stunden mit dem Auto oder manchmal auch fünf, je nachdem. Wir sind aktuell 45 Mitarbeiter und unser Schwerpunkt ist den Open Source Systems Management. Da ist natürlich Monitoring ein großer Teil, aber eben auch alles, was ansonsten Open Source im Rechenzentrum sich abspielt. Da sind wir so ein bisschen zu Hause und natürlich auch Custom-Lösungen, um das Thema in irgendeiner Form abzudecken. Unsere Produkte, auf die wir uns mehrheitlich stürzen, ist viel Monitoring, Icinga spielt eine Rolle, aber auch viele andere Dinge in dem Open Source Monitoring-Umfeld, Checkmk und alles, was es da so gibt. Ganz viel Puppet, Formen, Automatisierung. Das sind so die Schwerpunkte an Tools, die wir einsetzen. Und somit wäre auch quasi der Marketing-Grundlast des Vortrags genüge getan. Um was geht es vom Prinzip? Der Vortrag setzt heute so ein bisschen an vor dem, was vor einem Monitoring, was vor Checkmk oder einer alternativen Monitoring-Lösung stattfinden kann. Nämlich vor allem Logs so ein bisschen zusammenzusammeln. Es geht weniger um das Thema Correlation und so weiter, weil das ist in anderen Gebieten einfach besser abgedeckt. Aber es geht so ein bisschen um den Grundsatz, wie kann ich Log-Informationen, die ja, sage ich mal, ein bisschen anders ablaufen, als klassisches aktive Checks in irgendeiner Form zusammenbekommen. Starte ich einfach ein bisschen durch. Ich habe ein paar Demos dabei. Ich hoffe sehr, dass sie funktionieren, wie das immer ist. Es gibt bei einer Demo ein gewisses Grundrisiko, dass sie nicht funktioniert. Aber ja, let's give it a try. Was sind Logs? Ein wichtiger Unterschied zwischen einem strukturierten und einem unstrukturierten Fluss an Daten ist, dass Logs grundsätzlich erstmal was sind, die in der Regel irgendeinen Timestamp haben. Das haben sie gemein. Ansonsten ist ein Log sehr unspaßig, wenn man keinen Timestamp hat. Und dann gibt es N-fach an Information dazu. Also es ist eigentlich ein unstrukturierter Fluss an Logs, der aus Hardware, Software, aus allem Möglichen kommen kann. Und wie gesagt, letztendlich der gemeinsame Nenner ist immer den Timestamp und die Message, die ich habe. Aber es ist schwer, an sich mit unstrukturierten Daten zu arbeiten. Und der Hauptunterschied zu Events ist letztendlich, in dieses Log eine Struktur reinzubringen. Also letztendlich Log-Informationen, auch Attributen zuzuordnen. Jetzt sehen wir in dem Beispiel, ich schwinge nochmal eine Folie zurück. Wenn wir hier Oktober haben, irgendeine Message, SSH-Demon, Receive Disconnect, also eine technische Nachricht zu strukturieren in ein Event und auch wirklich sagen, was ist es. Ich habe hier einen Time, ich habe hier einen Process, der betroffen ist, ich habe einen State und ich habe einen Client dazu. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatz und das ist ein ganz wichtiger Baustein, um auch diesen Flow zu verstehen. Das heißt, es ist immer so, dass ich Logs irgendwie geartet habe, die finden statt, die werden strukturiert, weil ich brauche die Strukturierung, um danach Analyse zu machen auf diesen Daten und dann eben in ein Analysewerkzeug überführt und gegebenenfalls dann auch eine Aktion damit zu machen. Das heißt, sei das in einem Monitoring-System was zu triggern oder letztendlich auch einen Auslöser auf diesem Stack zu haben. Und Schwerpunkt eben dieses Vortrags ist, ist dieses Thema Log-Aggregierung, Log-Sammlung, Log-Zusammenführen, Events daraus zu machen und es strukturiert hat, in diese Daten zu schaffen. Darum geht es hier. Es geht ein bisschen um die Analyse, letztendlich wie ich diese Daten dann auch mir angucken kann, wie ich sie auswerten kann. Es geht nicht um das Thema Correlation, kann man wie gesagt an den anderen Tools auch machen. Was gibt es da so für Tools? Ich bin zu schnell gewesen. Es gibt viele Add-ons dazu, die man einsetzen kann, wo man auch im Monitoring direkt auf Log-Files gehen kann. Ich kann mit Event-Konsole arbeiten, die ein Sys-Log-Server hat, wo ich Traps hinschicken kann. Und es gibt auch in dem allgemeinen Bereich der Log-Management-Tools ganz, ganz viele. Elk ist so ein relativ bekanntes, da geht es heute darum, Elk ist in der Historie entstanden, dass Log-Stash erstmal ein eigenständiges Projekt war, wurde dann von der Firma hinzugekauft, letztendlich der Entwickler. Es gab einen anderen Entwickler, der hat Kibana gemacht, so heißt das andere Werkzeug, also Elasticsearch, Log-Stash, Kibana. Und somit ergibt sich dieser Elk-Stack, da kommt das Ganze her. Es gibt ein paar andere Tools, drumherum zu erwähnen, sei Greylock auf jeden Fall auch noch. Ich bitte jetzt nicht sofort anfangen zu surfen, damit ich noch Bandbreite habe für meine Demo. Aber vielleicht danach im Slide-Archiv nochmal ein bisschen angucken. Greylock ist auch ein sehr, sehr gutes Tool, initial auch von der deutschen Firma Torch, die sich jetzt aber auch Greylock gefoundet hat in Texas drüben. Und Greylock ist auf alle Fälle auch sehr stark, was das Thema User Accessibility, Authorization, Authentification, da ist Greylock ein bisschen weiter dran. Elk besticht letztendlich aber durch die unglaublich vielen Kanäle, die es anbietet. Das ist die Stärke und das ist jetzt auch für mich der Schwerpunkt eben von dem Vortrag. Dann gibt es Fluent und dann gibt es, wie bei allem anderen, jeden Tag 5.000 neue Projekte aufgeht hat. Also Elk-Stack, darum geht es. So ein bisschen was zur Architektur und Installation. Ich mache hier keinen Installationsguide, aber ich will an ein paar Stellen einfach zeigen, was es bedeutet, so eine Software zu installieren, wie das ausschaut. So ein bisschen das Big Picture, wie sieht so eine Locking-Infrastruktur vom Prinzip aus. Ich habe verschiedene Shipper, auf der linken Seite kann man das ganz gut erkennen. Das heißt, da kommen Logs her. Das kann aktiv getriggert sein, denn ich Hardware habe, zum Beispiel, die zu einem Syslog schreiben kann. Das können ganz, ganz viele, wer sich schon mal beschäftigt hat, wenn ein Switch oder irgendwas Syslog schreibt, stellt er fest, dass Syslog nicht Syslog ist, sondern das hat jeder Hersteller im Laufe der letzten 25 Jahre selbst für sich neu erfunden. Aber ich kann letztendlich mit vielen Hardware-Devices aktiv Syslog schreiben. Ich kann aber auch unter Shipment verstehen, ich lese wo ein Log-File und schreibe das von A nach B. Dann kann ich das Ganze, und das ist etwas, was kein Architektur-Muss ist beim Logging, aber das empfiehlt sich auf jeden Fall mit einer Message Queue entkoppeln. Und als Beispiel dieser Message Queue gehe ich in meinem Demo auf Redis ein. Redis ist eine dieser Queue, so eine NoSQL-DB letztendlich, wo man aller FIFO oben was reinsteckt und es unten wieder rauszieht. Der Vorteil von so einer Queue und so einem Log-Konstrukt ist, dass ich natürlich an dem anderen Teil, das heißt an dem Indexing, an der Auswertung, gegebenenfalls mal arbeiten muss. Ich aber trotzdem sicherstellen will, dass keine Logs verloren gehen. Das heißt, in dem Fall stellt mir die Message Queue A sicher, dass ich immer meine Logs verarbeiten und speichern kann. Und sie ist auf der anderen Seite auch ein Skalierungsmechanismus. Das heißt, habe ich wirklich in einem großen Umfeld, habe ich mit mehreren Terabyte an Log-Daten täglich zu tun, muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich die Daten aufteilen kann. Und da ist eben so eine Message Queue ein sehr guter Weg, um die Daten dann nochmal facettenartig in irgendeiner Form aufzulösen. Redis ist hier nur ein Beispiel. Man kann das auch mit Kafka machen oder mit RabbitMQ oder es gibt noch ganz, ganz viele andere, die da unterstützt werden. Redis ist aber das allerkleinste, schmalspurige C-Programm, was einfach gut funktioniert. Dann sind die Daten in dieser Message Queue, also irgendein Schipper bringt die an und sagt Message Queue, hurra, speichert die da ab. Und dann gibt es letztendlich einen Indexer. Und der Indexer, dessen Aufgabe ist es vom Prinzip zu sagen, aus diesen ganzen Log-Daten, die da liegen, möchte ich dir eine Strukturreform in eine Datenbank schreiben. Und diese Datenbank ist Elasticsearch, wo er die Daten letztendlich ablegt, zur späteren Suche, die ebenfalls dann mit einem Web-Interface, mit Kibana, dann entsprechend erfolgt. Was ist also Logstash als eine Komponente von diesem Elk-Stack? Logstash ist basierend auf JRuby. Und vom Prinzip kann man sich das vorstellen, das ist wie eine, ja es gibt so ein Ding, Pipe on Steroids. Also es ist einfach eine Pipe, die allerdings als Softwareprogramm verankert ist und ich kann aus einem beliebigen Kanal zu einem beliebigen Teil schreiben. Logstash selbst speichert nicht, sondern Logstash hat einen Input, hat vielleicht Filter, kann Daten anreichern, kann Daten auch rausschmeißen und dann schreibt es es wieder weiter. Also ganz wichtig, Logstash speichert nichts, sondern Logstash hat Input, Filter, Output. Und Berufsschule, ersten zwei Wochen. Das ist das, was Logstash macht. Und da drüben gibt es noch ganz, ganz viel Plugins to a room. Es ist ein Single-File-Deployment und es hat unglaublich viele Inputs und Outputs. Da wäre mir wichtig, ich würde zum Schluss nochmal eine Lernzielkontrolle machen, sich das einfach so ein bisschen jetzt auch einzuprägen. An der Folie ist nur wichtig, dass es unglaublich viel ist. Ich kann wirklich von nahezu allem lesen und kann irgendwo hinschreiben. Und das ist das, was den Charme dieser Lösung ausmacht. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass man das natürlich danach im Web irgendwo besser nachliest, für den Bedarf, wenn man es braucht. Wie schaut so ein Logstash aus? Logstash ist ein Single-File-Deployment, das kann ich runterladen. Es gibt bei Logstash nicht auch noch was, aber das ist jetzt redirected by Elasticsearch. Logstash, lade die Software unter in Packety, schmeiße das Config-File an eine bestimmte Stelle und sage Logstash, Agent, File und dann läuft Logstash. Mehr ist nicht zu machen. Single-File-Deployment ändert sich dann immer. Die Fairness muss das dazu sagen, wenn ich natürlich ganz, ganz viele Daten habe, dann werde ich das nicht mehr vielleicht mit einem machen. Dann braucht der ein bisschen mehr Memory. Aber die Konfiguration ist sehr, sehr simpel. Ich lade die Software, schieße das Config-File an und dann läuft es mit den konfigurierten Inputs und Outputs und Filterregeln, die wir uns dann im Verlauf nochmal angucken. Mit Redis ist es ähnlich. Für viele Distributionen gibt es Pakete, die man da einsetzen kann. Redis, nur nochmal so zwei, drei Worte dazu, ist letztendlich eine NoSQL in Memory Datenbank. Es gibt eine Möglichkeit, mit Redis zu persistieren. Also ich kann quasi meine Queue zu einer Laufzeit stoppen, kann Redis herunterfahren, dann werden diese Daten auf Platte gespeichert. Ich kann Redis auch replizieren auf mehrere Knoten. Aber der Grundansatz ist letztendlich eine lange Liste und ich schreibe Daten da und lese sie wieder. Es ist sehr, sehr performant und letztendlich ist es das, die Einfachheit ist der Charme, den Redis in dem Konstrukt mitbringt. Auch da, wenn man es nicht aus den Paketen zieht, Download, MakeTest, MakeInstall, Redis Server, Single File, dann läuft es. Wichtig ist, grundsätzlich bringt Redis erstmal keine Sicherheit mit. Es ist offen. Ich kann das mit einem Shared Secret hinterlegen, dass nicht jeder darauf zugreifen kann. Das empfiehlt sich auch, weil es lässt sich mit einem Portsniffer sehr leicht im Netz finden und es könnte durchaus interessant sein, was da drin ist. Also wer Redis einsetzt und aus Erfahrung verschlüsseln es die meisten nicht oder sichern es die meisten nicht, sollte sich das angucken. Ich hatte die Frage vielleicht am Anfang stellen sollen, aber jetzt fällt es mal ein, wer kennt Logstisch eigentlich? Wer setzt es ein? Da gibt es durchaus noch was zu missionieren. Okay, gut. Elastic Search, um das nochmal fertig zu machen, ist auch ein Single File Deployment. Sieh die Software, lad es hoch, kann auf demselben Server liegen. In dem Architekturbild, was wir gesehen haben, was wir noch ein paar Mal sehen, kann das auch überall verteilt laufen. Das spielt vom Prinzip keine Rolle. Es sind individuelle Komponenten in dem klassischen Stack, die hier laufen und dann sind die entsprechend zu verteilen. Wir kommen quasi wieder zu dem Bild, wie kriege ich jetzt da Logs rein. Ich habe es jetzt eher ein bisschen abstrakt erklärt, um so ein bisschen dieses Big Picture des Vortrags aufzuzeigen. Aber die Frage ist, wie bekomme ich jetzt Logs in mein Logstash? Und da ist eben der Schwerpunkt, wir kommen jetzt zum Thema Shipping. Also alles das, zu sagen, ich möchte irgendwo Daten lesen und möchte die in mein Logstash bekommen. Da gibt es ganz, ganz viele. Ich kann das mit Logstash selber machen. Logstash ist allerdings für das kleine Logshipment etwas schwergewichtig, weil es auch ein bisschen, ja, man könnte gewisse J-Ruby-Unterstellungen machen, aber es ist ein bisschen speicherhungrig. Dann gibt es den Logstash-Forwarder. Das war früher mal Lumberjack, falls das jemand noch kennt. Früher hieß es Lumberjack, das heißt jetzt Forwarder, jetzt heißt das Protokoll Lumberjack. Das Protokoll nennt sich Lumberjack und Forwarder vielleicht in einem Jahr wieder anders. Aber im Moment ist es so. Es gibt ganz, ganz natürlich die Möglichkeit, mit Syslog direkt hinzuschreiben an Logstash. Ich kann GELF, das ist dieses Greylog Extended Log Format, kann ich machen. Ich kann ein File Read machen. Also das ist der einfachste Input, den habe ich auch in der Konfiguration gezeigt, wie das aussieht. Ich sitze auf einem Apache-Log, sitze da drauf, der kümmert sich automatisch damit, dass er nur die Daten transferiert, die auch schon noch nicht transferiert wurden. Also sowas wie Last State, Log Rotation, all diese Dinge kümmert sich das Tool selber drum. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und dann gibt es, wie gesagt, eine x-fache Möglichkeit an anderen Daten. Wie sieht so ein bisschen die Konfiguration aus? Kann man das lesen? Einigermaßen? Einer nickt, der andere schüttelt. Einer braucht eine Brille oder der andere sieht gut, ich weiß nicht. Also es geht auf jeden Fall, hoffe ich mal. Die Konfiguration, jetzt bewege ich mich mal, sieht so aus, ich habe Input, Output. Erstmal ganz einfach und in dem Fall gibt es unterschiedliche Typen. Bei dem Input, wo wir hier sehen, an der Stelle ist der Input ein File. Das heißt, ich nehme irgendwo ein File, sage, das hat einen Type. Dieser Type in dieser Bezeichnung ist aber hier erstmal was, was nicht spezifisch jetzt Apache sein muss, sondern ich verpasse quasi dem Fall nur einen Marker, dass ich dem System für spätere Verarbeitung sagen kann, das handelt sich um einen Apache. Es ist letztendlich, könnt ihr da aber auch drinstehen, Web Server 5. Es ist hier quasi nur ein Schlüssel, um das Log File später wieder zu identifizieren. Dann gibt es einen Output, der heißt Standard Out Debug. Das ist nichts anderes, als dass mir alles das, was er links einsammelt, nochmal auf die Konsole ausgibt. Empfiehlt sich in Produktion bitte rauszunehmen, falls jemand das Exempel kopiert. Und dann sage ich an der Stelle, und ein anderer Output ist Redis. Redis auf dem selben Server und ich ergebe dem entsprechend auch einen Key, das der Logstisch Apache heißt. Man sieht hier auch, es gibt einen Input und es gibt zwei Outputs. Einmal Standard Out für den Debug und einmal eben Redis. Das können ganz, ganz viele sein. Also ich kann einen Input haben, kann die auf zehn Outputs fächern, ich kann aber auch zehn Inputs auf einen Output fächern. Also das ist vollkommen beliebig. Das heißt, diese entsprechenden Objekte können x-fach ineinander kaskadiert werden. Jetzt habe ich in der Kette quasi ein Log-File. In dem Beispiel ist es jetzt nur eins. Ein Access-Log schiebe ich in diesen Redis rein, um ihn da zu speichern. Was ich da natürlich brauche, weil letztendlich liegen nur Zeile für Zeilenobjekte jetzt in dem Redis drin, ich muss diese irgendwie in meine Datenbank bewegen. Und da ist das Thema Indexing wichtig. Das heißt, ich brauche Logstisch und da steht dieselbe Komponente zu sagen, irgendjemand muss die aus Redis hier rausziehen, Logstisch verwalten, filtern und in diese Datenbank, also Elasticsearch an der Stelle abspeichern. Nebenbei noch bemerkt, Elasticsearch ist auch die Datenbank, die Greylock verwende, die auch Fluent verweckt, das ist schon so ein bisschen der Standard in dem Umfeld, kommt eigentlich aus dem Thema Suchdatenbanken. Also es ist ein Lucene-Core, der da unten drunter steckt, aber es ist so de facto Standard in dem Umfeld heutzutage. Also worum geht es? Ich muss die Daten irgendwie mit dem Indexer in die Datenbank quetschen. Wie geht es so was? Ich habe auch wieder ein Input, jetzt habe ich aber das umgedreht und sage, mein Input ist jetzt Redis, weil da liegen ja alle Daten drin, die habe ich von irgendwo dahin gebracht und jetzt möchte ich die aus Redis rauslesen mit diesem Key und als Output möchte ich einmal sagen, wieder Standard Out für Debugzwecke, wenn ich sehen möchte, was läuft an Daten und das zweite ist eben der Output in Elasticsearch. Das heißt, was hier passiert, ist nichts anderes, als dass Logstisch sagt, ich nehme alles aus diesem Redis raus und schreibe es in Elasticsearch. Nur nochmal, um es zu verdeutlichen, ich bräuchte Redis in dem Fall nicht. Ich könnte direkt auch File lesen und direkt in Elasticsearch schreiben. Also diese Redis-Zwischenstelle ist nicht zwingend erforderlich, aber es empfiehlt sich einmal so, weil man ein bisschen mehr damit macht, dass man das nochmal entkoppeln kann. Ja, was habe ich jetzt drin? In dem Elasticsearch habe ich meine Daten. Wichtig ist, die Daten sind genauso lausig und strukturiert wie zuvor, denn ich habe die noch nicht in keiner Art und Weise zerstückelt. Ich habe nichts anderes gemacht, als zu sagen, Zeile Logfile nach Elasticsearch zu schreiben. Das heißt, die Quantität hat sich in dem Fall weder verbessert noch verschlechtert, aber die Qualität ist genauso schlecht und da ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle des Indizes, die Daten wirklich qualitativ zu bearbeiten. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen diese Daten, die wir dann in Elasticsearch schreiben in irgendeiner Form zerlegen, qualifizieren, was es da ist. Das heißt, wir brauchen mehr als nur einen Timestim und eine Message. Wir müssen quasi eine strukturierte Datenlösung schaffen, zu sagen, was ist denn in dem Logfile was, also in dem Apache Log, was ist ein Client-IP, was ist HTTP-Version, was ist der Requestor, also um was geht es eigentlich in dieser Loginformation. Und da bringt Logstisch was mit, das nennt sich CROG. CROG ist vom Prinzip die Idee, ein Logfile eben in diese Strukturteile zu zerteilen, zu sagen, ich habe eine Zeile und ich kann in CROG genau über gewisse Patterns definieren, was ist was und kann es weiterverarbeiten. Ein Beispiel, ich habe wieder so eine Zeile, irgendwas an Information und jetzt jage ich die quasi durch so einen CROG-Pattern und so sieht so ein CROG-Pattern an der Stelle aus. Und indem ich nichts anderes sage, ähnlich wie vielleicht ein regulärer Ausdruck, das erste Feld ist die IP, das zweite Feld ist die Methode, das dritte Feld ist die URL, dann habe ich die Number of Bytes und dann habe ich die Number of Duration, die es gedauert hat, die Seite auszuliefern. Jetzt ein unstandardisiertes, nicht ein Apache Combined Log, sondern einfach eine Loginformation. Und was macht CROG an der Stelle? Über diesen Filter werden quasi diese unstrukturierte Zeile in diese Häppchen zerteilt. Das heißt, ich kann genau danach sagen, der Client hat das, die Methode hat das und damit kann ich arbeiten. Was in dem Interface letztendlich dazu führt, dass ich mit diesen Daten wirklich eine fachliche Qualifikation führen kann. Also man sieht es hier, das ist so ein Ausschnitt aus Kibana, aus dem Webinterface, schauen wir uns später im Detail nochmal an. Da habe ich wirklich qualifiziert, wie oft wurde denn diese IP in einem gewissen Timeframe vorgefunden in einem Logfile. Also ich habe eine Qualifikation der Daten und wie das genau ausschaut, gucken wir uns mal an. Ganz wichtig dazu, man kann diese ganzen CROG-Patterns selber schreiben, aber da macht Sinn, man kennt sich schon ein bisschen damit aus. Wenn man das nicht hat, sondern sagt, ich habe eigentlich irgendwie ein Logfile, irgendwas, aber ich weiß nicht so genau, was es ist, dann gibt es einen CROG-Constructor. Die URL dafür steht auch in den Slides. Es gibt mit Sicherheit ein Konferenzarchiv, denke ich mal, da ist es danach dann drin. Da kann man das sehen. Und es gibt zwei Mechanismen, wie ich da rangehen kann. Zum einen sage ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich habe irgendeinen Logfile irgendwo her und ich möchte mal das in irgendeiner Form interpretieren. Dann kann ich einmal so eine Zeile nehmen. Das ist so ein letztendlich Demo-Datensatz, den ich hier habe. Den habe ich schon reinkopiert, aber ich mache es nochmal. Sieht man das? Oh, nee, das sieht man nicht. Und ich hätte noch eine halbe Stunde weiter gemacht, wenn es mir keiner gesagt hätte. Jetzt? Ja. Also in diesem Crock-Konstruktor gibt es zwei Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Einmal ist es die automatische Erkennung. Das heißt, ich nehme eine Line-Lock, die ich habe oder auch mehrere da rein und sage einfach mal Go. Und dann macht er mir nichts anderes, als zu versuchen, rauszufinden, was ist das beste Crock-Pattern, was dafür passt. Also was wird das vermutlich sein. Und er kommt relativ schnell darauf. Greedy-Data ist quasi alles und nichts. Also es ist ein sehr schlechtes Pattern, aber ihr findet relativ schnell raus, das ist wohl ein Common-Apegee-Lock. Anhand der Struktur dieses Locks weiß er, da handelt es sich um ein Apache, weil ich finde so die Felder, die in einem Common-Lock irgendwie sein müssten. Das funktioniert je nach Log gut oder schlecht. Mit Standard-Locks funktioniert der Automatch eigentlich ziemlich gut, wenn man nicht weiß, was es ist. Also viel leichter ist es natürlich zu sagen, ich weiß, das ist ein Combined-Apegee-Lock. Und dann kann man das zweite machen mit dem Manual-Match. Man kann quasi auch diese Log-Struktur hier wieder rein. Sieht man es? Ja. Rein kopieren und sagen, ich weiß eigentlich, das ist ein Common-Apegee-Lock. Und Common-Apegee-Lock ist jetzt ein Grog-Pattern. Wie sieht es aus? Hinter diesem Grog-Pattern versteht sich nichts anders als immer diese regulären Ausdrücke. Also das, was man sich sonst per Hand zusammenfummelt, ist quasi schon in Patterns hinterlegt. Und wenn wir jetzt da mal suchen nach Common-Apegee, dann sieht man, dass hinter diesem Log-Format Common-Apegee quasi die einzelnen Stückchen fest schon vorgekommen sind. Und diese Templates liefert Logstisch einfach mit. Wie sieht es dann aus? Ich sage, ich nehme diese Zeile, klatsche die hier rein, sage, ich glaube, das ist ein Common-Apegee-Lock. Sage Go. Und dann sehe ich unten bereits, wie er quasi diese Log-Zeile in Fachlichkeit zerteilt hat. Und mir sagt, okay, ich weiß, das ist HDDP-Version, Requester-D, Timestamp, also all die Dinge, die in einem Patchy-Lock wichtig sind, die werden quasi als strukturierte Daten aufbereitet und eben dann in Logstisch übertragen. Wie sieht die Konfiguration in Logstisch dazu aus? Also wir haben, sagen wir den Ansatz, wir haben irgendeinen Logfall, weil wir wissen, im Idealfall wissen wir, was wir an Logs haben. Königsweg, wir wissen, was ein Apache ist und wir wissen, was es für ein Logfall ist. Dann sage ich, okay, ich habe jetzt diesen Input, also den Index von vorhin nochmal aufbearbeitet, ich muss wieder rauslesen, habe aber einen Filter dazu und sage, wenn du Apache Access bist, da nehme ich wieder diesen Schlüssel, den wir vorhin mal verwendet haben, damit ich das Richtige auch aus dieser Queue rausziehe. Weil in dieser Queue könnten ja auch andere Dateien auch noch drin liegen. Ist das soweit noch verständlich? Sind Sie alle noch bei mir? Ist nicken mehr als schütteln? Also sage ich ja. Es ist wichtig zu verstehen, ich nehme diesen Schlüssel, den ich mir vorhin gemerkt habe und sage, jetzt möchte ich Apache Logs verarbeiten, weil in dem Redis könnten ja auch Postfix oder MongoDB Logs drin liegen, aber die möchte ich jetzt nicht anfassen, sondern ich möchte jetzt alle Daten, die mit dem Apache Access gemarkt sind, hole mir die raus und sage, dann möchte ich die mit dem Grog Pattern zerlegen. Dieses Combined Access Apache Log sagt dann, ich möchte die so bearbeiten. Und dann werden die strukturiert in Elasticsearch gespeichert. Ein weiteres Beispiel, was man zum Beispiel auch machen kann, es gibt einen Filter, der nennt sich Geo-IP. Da kann man zur Laufzeit das Apache Log nehmen, das Access Log ziehen und kann in jeder einzelnen Zeile, wo ich eine IP habe, die Geo-Informationen dazu auswerten und hinzufügen. Das heißt, Logsdash kommt mit so einer kleinen Geo-IP mit, der mir dann sagen kann, diese IP-Adresse müsste ungefähr in diesem Bot-Netzwerk liegen und kann quasi dann zu jeder Zeile, so muss man sich das vorstellen, zu jeder Apache Log-Zeile fügt man dann die entsprechenden Geo-IP-Felder noch hinzu als Mehrwertinformation. Das ist für viele Daten durchaus CPU-intensiv, aber das macht natürlich eine unwahrscheinliche Qualität in die Auswertung später rein und ich kann mir letztendlich auch so ein ganz, ganz einfaches Google Analytics auch selber nachbauen, weil das ja immer in Realtime passiert. Das heißt, immer wenn Apache Log-Daten produziert werden, werden die automatischen über den Shipper eingelegt, ausgelesen und ich kann die dann zum Beispiel auch in der Karte versehen. Das heißt, ich kann Access-Log-Daten mit einer Geo-IP aufbereiten und kann wieder nach eine Map bauen, das bringt Kibana mit und sagen, wo kommt denn der Log-Zugriff her? Sehr einfach zu machen. Ich brauche wirklich nur diesen Config-Snip, da ist jetzt auch nichts ausgemacht, sondern das ist es. Das ist die Konfiguration, die in Logsdash drin steht und dann kriege ich danach mit Kibana entsprechenden Einstellungen das Ganze noch hin und habe quasi sofort ein Enhancement von meinen Access-Log auf einen Geofaktor dazu. Was gibt es für Interfaces? Und jetzt kommen wir quasi zu dem Teil, wir haben alle Daten von A nach B geschippt, wir haben sie in der Message-Cue verwaltet und jetzt sind sie in Elasticsearch in dem Format, wie wir sie haben wollen. In unserem Auszug natürlich nur Apache-Logs und es gibt einfach mehr, aber das muss jetzt als Beispiel herhalten. Jetzt möchte ich die Daten mir irgendwie anschauen, ich habe die da drin. Und da gibt es das Interface für Logsdash, das ist Kibana an der Stelle, der macht die Daten, die in der Datenbank zur Verfügung liegen, einfach nochmal auswertbar. Und wie das jetzt ausschaut, das gucken wir uns an. Die Logdaten, die Apache-Logdaten, die ich in das System übertragen habe, liegen da drin und ich habe so ein Standard-Apache-Dashboard jetzt definiert, da sieht man quasi genau, was der mit den Daten macht. Wenn ich da oben die Panels, was standardmäßig mitkommt, ich scroll jetzt mal hoch, das ist das, was Logsisch als Default-Sicht mitbringt. Nämlich, ich kann diese Logs sehen und das ist hier letztendlich nichts anderes als das File, was ich geladen habe, aber ich habe dem Ganzen schon den qualitativen Faktor zugefügt, nämlich, dass ich es zerteilt habe. Und ich kann zum Beispiel, da muss ich nichts mehr für tun, sondern das kommt letztendlich automatisch durch dieses Field-Mapping mit, sagen, wie teilen sich denn meine Agenten auf? Das heißt, ich kann sofort auf dem Log-File sehen, wer ist denn das, der bei mir am Apache rumdrückt? Ist das eher Mozilla-Fraktion oder in dem Fall Check-HTTP auf Nummer 5? Dann hat man wirklich zu wenig Use auf seiner Website. Wenn Check-HTTP auf Nummer 5 ist, dann weiß man immer, ich muss was für Search-Engine-Marketing machen. Ich kann Client-Abi gucken, also ich kann diese ganzen Basismetriken, die habe ich in dem Fall schon in meinem Log-Sage drin und kann mit denen an der Stelle arbeiten. Hier oben haben wir noch ein paar Dashboards dazu gemacht. ich kann quasi mit Events Overtime sehen, ich kann quasi gucken, zu welcher Zeit war sehr viel los. Ich habe hier noch so ein bisschen was mit Traffic, also wie viel Traffic ist auf der Webseite, in dem Log-Files nicht passiert, wann meine Response-Code verteilt. Also überwiegend hat es nicht geknallt, sondern es wurde in 200er ausgeliefert. Da kann man sehr schnell sehen, so ein bisschen visuell darstellen, was ist denn da los. Was sehr gut ist an der Stelle und das ist vor allem ganz gut mit den Geo-IPs, wenn Ihr Setup eine gewisse Power hat und das muss man an der Stelle dazu sagen, das braucht man dann, wenn Sie mit viel Web-Server-Daten arbeiten und Sie haben zum Beispiel das Problem, dass Sie eine DDoS-Attacke haben oder eine simple DDoS-Attacke, sehen Sie das über Kibana sehr, sehr schnell. Wo kommen die her? Auf welche Seite gehen die? Wenn Sie das sich selber mit Perl, AWK, SED auf der Konsole zusammenfummeln wollen, dann ist die Attacke schon vorbei, bis Sie soweit sind. Und das kann man im Dashboard sehr schnell sehen. Ja, gerne. Ich weiß nicht, Sie müssen glaube ich erst das Mikrofon, brauchen wir erst. Da hinten ist es. Die Daten, die Sie unten gezeigt haben, die in der Objektstruktur sind, dieses RAW-Format, habe ich eine Möglichkeit, über die Web-Oberfläche die Sachen zu exportieren, dass ich die Wonders hinschicken kann oder ist es nur via Web-Zugriff auf diese Daten zuzugreifen? Es gibt eine API dafür, kommt dann auch nochmal, aber Sie müssen die Daten vom Prinzip, die Daten liegen ja, Elasticsearch schreibt die in diese Datenbank, so Logs, das schreibt die in Elasticsearch. Sie können aber an der Stelle, wo der Output, die Elasticsearch, auch nochmal einen anderen Output definieren und sagen, schreib mir die wieder ins File. Also sammeln wir aus 10 Inputs und Output ist File. Das muss nicht zwingend die Datenbank sein. Die Elasticsearch-Datenbank ist halt quasi der Standard, weil man sagt, ich will irgendwas mit den Daten machen, aber Sie können die Daten von überall nach überall schreiben. Und was letztendlich hier Kibana macht, ist nichts anderes, als auch eine REST-Query abzusetzen gegen Elasticsearch, um diese Daten rauszuholen. Das können Sie mit einem Curl oder mit einem anderen programmatischen Ansatz genauso aus dem Elasticsearch rausziehen. Das sehen wir dann auch nochmal, damit arbeiten. Also die grafische Analyse ist nicht zwingend erforderlich. Okay. Also auch hier nochmal zu sehen, was kann ich da grob mit machen. Ich kann meine eigenen Paddles definieren. Also wenn ich mir ein eigenes Dashboard anlegen möchte, kann ich das auch machen. Kann mir beliebige Elemente auch zusammenklicken. Man kann das auch hier nochmal sehen. Also ich kann hier irgendein Paddle hinzufügen. Sagt, was möchte ich hier haben. Ich möchte verschiedene Terms einsetzen. Kann mir die einbauen. Das heißt, ich möchte es jetzt nicht mit dem Config von Kibana, weil das würde einfach so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich kann quasi hier mir irgendwas reinbauen. Was ich auswerten möchte, die HTTP-Version, nochmal eine eigene Liste und dann kriege ich das hier nochmal rein. Dauert jetzt ein bisschen vom Laden. Bekomme ich hier die Verteilung der HTTP-Version an. Also es gibt ganz, ganz viele Objekte, die Kibana mitbringt. Dieses eigentliche Dashboard müssen Sie sich aber selber bauen. Also an sich, Kibana kommt blank und Sie setzen sich dann die Daten, die Sie haben, so zusammen. Denn Kibana weiß nichts, was Apache ist. Kibana arbeitet mit Daten, wettet die aus. Sie müssen wissen, was Sie angucken wollen. Aber Sie sind natürlich unglaublich flexibel, wie Sie es anzeigen wollen. Und ein weiteres Beispiel, das ist jetzt mit der neuesten Kibana-Version. Was man auch zum Beispiel damit machen kann, man kann mit S-Flow-Daten arbeiten. Also wenn man von seinen Switches die S-Flow-Daten, die kann man auch durch Logstash durchpumpen, dann kann man sofort in Realtime sehen, was läuft bei mir netzwerkmäßig ab. In dem Beispiel hier kann ich die Traffics per Source legen, sag, wo kommt der her, was ist meine aktivste IP, was ist mein aktivster Port. Hier ist 3306 der zweite aktivste, mit wie viel Megabyte, der quasi in einem bestimmten Intervall, wir sehen hier im Zeitfenster, sind immer die letzten 15 Minuten. Ich kann das Fenster quasi auch beliebig aufziehen. Wenn Sie jetzt aber dann eine Analyse machen auf vier Stunden und Sie haben nicht genügend Wumms in der Kiste, dann wird es eng. Also klar, wenn Sie hier eine drei Stunden Traffic-Auswertung machen wollen, auf x Terabyte Daten, müssen Sie entsprechend die Hardware auch dazu haben. Auf dem Raspberry Pi, no. Aber das ist wie immer halt, die Frage ist, ist es einem wert. Mir ist es das wert, das zu sehen, aber das muss jeder einfach auch für sich entscheiden. Das Charmante ist an dem Interface, ich gehe nochmal ein bisschen runter, man sieht jetzt hier zum Beispiel die, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, man sieht so ein bisschen, welche Ports geht es hin, was sind hier die IP-Adressen, die Ports, man kann hier quasi auch nochmal eine Linie sehen, was ist besonders aktiv. Und dann kann ich quasi, hier oben habe ich Source und hier unten habe ich Destination, dann kann man eigentlich wunderbar sehen, wo läuft denn mein Traffic. Von wo nach wo, wer ist aktiv. Wir haben hier nochmal die VLANs anstelle drin, jetzt kann ich aber sagen, okay, das ist jetzt der Überblick, mich interessiert aber nur 3306, ich will wissen, was mit MySQL läuft. Dann klicke ich auf den Bar-Chart, habe ich jetzt nicht getroffen, dann wird dieser Hinweis zu sagen, ich möchte Port 3306 als Filter für das komplette Dashboard gesetzt. Das heißt, die Daten werden jetzt aktualisiert, ausschließlich auf Sourceport 3306. Das heißt, das komplette Dashboard hat sich jetzt angepasst, nur noch Daten MySQL mir anzuzeigen. Das heißt, ich kann sofort sehen, welches VLAN ist besonders aktiv mit MySQL. Das ist ein Filter. Also ich kann wirklich als Drilldown damit den Filter setzen und kann sofort meine Daten analysieren auf Basis von dem. Dann kann ich sagen, hier mein VLAN 7 ist proportional aktiv, hat 2,355 Megabyte in den letzten 15 Minuten auf MySQL gemacht, dann gucke ich mir das VLAN an, dann werden alle anderen Objekte auf diesem VLAN eingeschränkt. Dann kann ich sagen, okay, wo gehen denn die hin, auf welchen Port oder welcher Server ist das denn? Weil den kann ich relativ gut identifizieren, da steht die IP dabei. Und dann kann ich sagen, wo gehst du denn hin? Mit welchem anderen konfigurierst du denn? Source Destination. Das heißt, ich kann auf VLAN, Source, Port Ebene, IP Ebene genau sagen, wo fließen Daten. Und es ist genau dasselbe Mechanismus wie der Apache Log. Das Einzige, was wir machen, ist, wir schieben S-Flow Daten in Elasticsearch und das Dashboard, dass Sie das so haben, wie es hier ausschaut, das kostet Sie vermutlich einen Tag, ein paar graue Haare, weil da ist Arbeit zu investieren, das müssen Sie selber machen. Das macht Kibana nicht, weil der weiß nichts von Netz. Aber die Arbeit lohnt sich. Das Dashboard können Sie dann speichern, geben Sie es dem Kollegen. Und dann können Sie das letztendlich in einem geschädten Kontext sagen. Ich glaube, Sie hatten eine Frage, richtig? Aber wir müssen auf das Mikrofon warten. Du hattest irgendwas erwähnt, die Daten heißen S-Crow oder NetFlow oder wie heißen die Daten, die aus den Switches kommen? Das, was wir jetzt machen, S-Flow, das ist aber nicht so ein 100%. Es gibt NetFlow, es gibt S-Flow, es gibt verschiedene und es gibt auch verschiedene S-Flows. Das ist die unschöne Sicht. Aber da kann Logstash nichts dafür, das ist, weil die Hardware-Hersteller Idioten sind. Und mit welchem Agent hole ich das ab? Sie können an dem Switch konfigurieren, das ist meine S-Flow-Destination und Logstash kann das verarbeiten. Sie sagen in dem Switch, mein S-Flow-Target ist mein Logstash-Server, IP-Port, und da haben Sie quasi einen S-Flow-Input und der zerhakt in den S-Flow-Input dann eben rein. Das ist genau diese Liste an verschiedenen Inputs und Outputs, die es gibt. Aber vom Prinzip ist es Switch-Configurieren, S-Flow-Target ist Logstash, Logstash-Input wäre dann S-Flow, wird gefiltert und dann Output in Elasticsearch und dann liegen alle S-Flow-Daten in Elasticsearch zugrunde. Okay. Ich gehe wieder zurück zu dem Slide-Dick. Neben dem Interface gibt es, und da war vorhin auch die Frage, eine API. Komplett Elasticsearch und auch alles das, was Kibana interagiert, ist eine REST-AP. Ich kann alles damit machen. Ich kann Data-Queries machen. Also ich kann mir jeden beliebigen Datensatz mit einem Curl oder eben in der Sprache ihrer Wahl anziehen. Ich kann Shards und Indizes verwalten. All diese Daten, die Elasticsearch speichert, legt es in verschiedenen Indizes ab. Das heißt, es werden täglich, wöchentlich, wie man es konfigurieren möchte, einfach Datenbankscheiben gebaut. Das Schöne ist, man kann die auch irgendwann wieder droppen. Also man kann einfach einen Chart löschen und sagen, alles, was im letzten Monat war, letzte Woche schmeiße ich raus. Und man kann auch sowas wie Warm-Ups managen. Das heißt, man kann ganz bestimmte Indexbereiche, sagen wir, den Cache anwärmen, wenn man viel damit machen will, damit die Suche noch besser geht. Wie sieht die API aus? Vom Prinzip habe ich jetzt nur mal so ein Curl-Kommando. Um das zu sehen, was wir in der Oberfläche hier hatten, können Sie jedes Kommando, wo Sie irgendwo sich in der Oberfläche befinden, einfach auf den Info-Button gehen und das inspekten. Und dann sehen Sie genau, was für ein Curl-Kommando gegen Elasticsearch gesetzt wurde. Also hier ein Curl-Kommando, um eben aus den verschiedenen Filtern das rauszubekommen. Und wenn ich mir das ins Terminal reinkopiere, dann komme ich quasi genau diesen Term-Count, den ich oben schon grafisch aufbereitet habe, in einem JSON-Element zurück. Und so können Sie es mit jedem Element machen. Es gibt eine sehr ausführliche Quere-Sprache. Man kann ganz, ganz viel Aggregationsthemen machen. Also man kann wirklich Big Data fahren damit. Da kann man sich richtig lang eingraben. Es ist aber sehr, sehr gut dokumentiert. Aber die API ist mächtig. Also es gibt eben den Ansatz zu sagen, ich mache was mit der Oberfläche oder ich möchte programmatisch mit den Daten arbeiten. Ich kann den Reporting übertragen. Also da ist man sehr flexibel in dem, was man machen möchte. Demo hatte ich schon. Wie sieht es von dem Monitoring aus, bevor ich dann zu dem Teil komme, wie kriegt man jetzt die Daten ins Monitoring, wie kann ich damit weitermachen? Wichtig ist natürlich auch wie alles, sollte man auch diesen Stack überwachen. Vom Prinzip ist es so, es sind zwei, drei Prozesse, die man überwachen muss. Also wenn Sie jetzt die simple Basis haben, haben Sie vielleicht ein Redis, haben einen Logstash, haben einen Elasticsearch, haben Sie mehr Daten, die Sie speichern müssen, haben Sie vielleicht mehr Elasticsearch-Knoten. Also diese Datenbank skaliert, die bringen einen eigenen Software-Cluster mit, das heißt, der kümmert sich automatisch um die Erstellung von Replikas. Aber der muss natürlich überwacht werden. Sie müssen immer gucken, dass Sie genug Platz haben auf der Platte. Wie immer, wenn Sie mit viel Daten speichern, dann ist es gut, Platz zu haben. Storage ist ein wichtiges Thema, aber das ist alles Basis-Monitoring-Disziplin. Also die Überwachung von einem Stack ist sehr, sehr einfach. Und Sie können letztendlich ganz normal über zum Beispiel so ein Kommando Noteping machen, also das sehen Sie auch auf der Oberfläche, und dann bekommen Sie zurück, läuft der Cluster. In dem Fall ist es eine Node-Name, die ich hier als Demo habe. Ich kann in einem Cluster mehrere Nodes haben und die teilen sich dann in dem Elasticsearch auch automatisch die Anfragen auf, teilen sich die Speicherung der Objekte auf und das ist sehr, sehr übersichtlich. Es gibt für das Management und für die Überwachung von dem Elasticsearch selbst auch noch ein eigenes Interface. Das nennt sich Elastic HQ. Es gibt eine kommerzielle Variante von Elasticsearch, aber Elastic HQ ist eine Open-Source-Variante, wie man es überwachen kann. Und da kann ich auch relativ genau reingucken, wie sieht aktuell mein Stand vom Monitoring aus. Kann man es jetzt sehen? Nee, Moment. Also hier zum Beispiel kann ich mich mit dem verbinden und dann sehe ich sofort, wie viele Indizes sind da drin, wie viele Dokumente, also wie viele Lines habe ich schon reingeladen. Das Demo-System lebt jetzt ungefähr seit vier Tagen und spielt immer wieder dasselbe Apache-Log rein. Also für das System ist es relativ langweilig, aber für die Demo reicht es absolut aus. Man sieht also, es gibt schon über eine Million Dokumente und 561 Megabyte an Daten, die da drin liegen und ich kann mit Elastic HQ so ein bisschen einen Überblick behalten. Was liegt wo? Welche Nodes haben was? Wie schaut es mit Memory-Consume aus? Auch das kann ich mir angucken. Kann quasi auf den einzelnen Knoten draufgehen und sagen, wie sieht es bei dir aus mit der Auslastung, Garbage-Collector, jeder der, der im Java-Umfeld mal geweint hat, dem werden die einzelnen Zeilen was sagen. Und kann man so ein bisschen einen Überblick behalten über seinen Elastic-Search-Knoten. Für mich wichtig, dass Sie wissen, dass es das gibt. Da muss man im Detail auch damit mit Indizes, Verwaltung, da kann man ganz, ganz viel machen. Wichtig ist, dass Sie mal gehört haben, es gibt Elastic HQ. Okay, wie geht es weiter? Integration, Nagos, Isinga, Check-MK. Das heißt, den Teil, den wir so ein bisschen beackert haben, ist, wir haben irgendeinen Log, kriegen es irgendwo hin. Wir können auch mit Kibana das auswerten, was unwahrscheinlich zeitintensiv sein kann, das nochmal zu verdeutlichen, aber Sie haben einfach die Möglichkeit, genau die Daten rauszukriegen, die Sie bekommen wollen. Aber Sie wollen die Daten ja vielleicht irgendwie auch ins Monitoring reinkriegen. Sie möchten sagen, okay, ich möchte im Real-Time, das heißt, ich möchte wirklich im Fluss, wie die Daten kommen und eben nicht alle fünf Minuten irgendwo ein Log durchgrasen und auf ein bestimmtes Pattern searchen, sondern sagen, alle Logs, die von irgendwo zusammenkommen, die möchte ich auf dem Pattern durchsuchen. Und wenn das Pattern trifft, wenn das matcht, wenn auf dem SSH ein Error kommt oder auf der Firewall, dann möchte ich damit irgendwas tun. Und wie geht das Ganze? Sie können natürlich die ganzen Datenbestände in Real-Time durch Elasticsearch jagen, also durch Logstisch jagen. Sie können die nach bestimmten Facilities, Regex und Programms auch durchsuchen. Das heißt, Sie können jede Logzeile nach einem bestimmten Pattern gucken, trittst du auf und können es dann als passiven Event weiterleiten. Das schaut mit dem klassischen Nagio-Sysinga-Setup ungefähr so aus. Das heißt, der Standard-Output, den Logstisch mitbringt, ist immer noch die alte hässliche Command-Pipe, aber es ist funktioniert. Das heißt, der Indexer sucht ein bestimmtes Pattern in dem Log-File und sagt, sobald ich da was gefunden habe, alarmiere ich die Monitoring-Lösung. Wie sieht das Config-File dafür aus? In dem Fall ist es so, dass ich den Nagio-Sellert habe, ich habe wieder einen beliebigen Input, der kommt von überall her, von daher ist er nur ausgepunktet, weil es für das Beispiel nichts zur Sache tut. Und dann sage ich, ich möchte jetzt aber mit Syslog umgehen, weil das interessiert mich. Und dann suche ich nach einem Grab. Das heißt, es gibt letztendlich einmal erst den Grog, den wir gemacht haben. Ich sage dem System, mit dem du hier hantierst, das ist Syslog. Und jetzt möchte ich aber das Syslog durchsuchen. Und zwar gibt es einen Error da drin. Und wenn es einen Error gibt, dann möchte ich quasi das verwalten und möchte einen Update dazu setzen. Das heißt, ich möchte im Falle eines Pattern-Matches auf Error, möchte ich noch Felder hinzufügen und möchte zum Beispiel sagen, du triffst zu diesem Nagios-Host, da kann man quasi die Variable des Source-Hosts übernehmen. Also man darf sich das vorstellen, man hat zum Beispiel einen Service an einem Projekt dran und kann automatisch zur Laufzeit sich den Source-Host nehmen, fügt ihn hier unten wieder an, welchen Host, welcher Service ist das und welchen Nagios-Level hat man. Und dann über Output wird es entsprechend an den Nagios-Output weitergeleitet. Ich habe hier wieder multiple Outputs, weil einmal möchte ich in Elasticsearch die Daten ja auch haben, aber in Nagios möchte ich sie einfach ins Command-File stecken. Und dann kommt der Alert letztendlich im Monitoring an. Das heißt, was passiert? Alle Daten werden gefiltert, sobald das Pattern-Error getroffen wird, wird ein bestimmter Host, ein bestimmter Service mit einem Critical versehen und kommt im Monitoring hoch. Das ist ja dann Pattern-Alarmierung direkt beim Dateneinlesen quasi. Aber es gibt auch noch Möglichkeiten, gibt es eine Möglichkeit, das praktisch später zu tun, wenn ich schon die Daten ausgewertet habe, zum Beispiel beim Apache-Log zu alarmieren, wenn das Verhältnis von 200ern zu den 500ern irgendwie einen kritischen Spellwert erreicht. Das müsste ich ja dann in Elasticsearch dann machen. Das machen Sie woanders. Das könnten Sie zum Beispiel dann machen in der Event-Konsole. Das macht das Tool nicht. Es kann Basis-Aggregationen, einfache Dinge, aber es kommt im nächsten Beispiel, wie es ein Szenario ausschauen kann. Ich gehe mal die zwei Slides vor und dann sagen Sie im Zweifel, wenn die Frage nicht beantwortet worden ist. Gut, weil das ist ja nichts anderes, was man mit Check-Logs oder was man mit Log-Watch jetzt an der Stelle auch machen würde. Doch ist es schon, weil es im Realtime ist. Weil Sie mit dem Log-File immer wieder in den Log-File schauen und es ist auch ziemlich unperformant, wenn Sie Terabyte an Log-Daten durch die Gegend schieben, alle Log-Files immer wieder aufzumachen. Das ist quasi, wenn Sie richtig viel Verkehr haben, auf Ihrer Website zum Beispiel, wenn Sie da 300, 400 Web-Notes analysieren wollen, auf Arrow in einem File, dann kriegen Sie das mit einem klassischen Check schwierig hin. Es wird irgendjemand sagen, ich habe es gemacht, klar, irgendwie geht es immer, aber es ist halt schwierig. Und da kriegen Sie es halt einfach auch in einer richtig großen Größenordnung, vor allem, weil an der Stelle hier nichts gespeichert wird, sondern Sie sagen, ich möchte in Realtime alle Logs durchgucken und nur wenn ein bestimmter Pattern, dann möchte ich was damit machen, ansonsten lasse ich es einfach vorbeirauschen. Das ist jetzt vielleicht auch ein anderer Ansatz. Und das ist natürlich der Scham, Sie sehen sofort, dass was passiert. Und jetzt ist das zugegeben auch ein sehr einfaches Beispiel, weil ich sage halt, Syslog und Error, ich sage jetzt mal, naja, okay, es ist halt high sophisticated, aber das kann man natürlich nach Belieben nach oben ziehen. Sie sagten ja zu Anfang, dass man in Kibana ja sehr schnell eine DOS-Attacke erkennen kann und sofort sieht, wo es herkommt. Ich denke, das ist dann alarmwürdig. Also da, so was muss ich dann richtig aber letztendlich ist es natürlich auch wieder so, dass Sie sitzen ja nicht auf Ihrem Kibana, sondern Sie sitzen auf dem Monitoring-System. Und da kriegen Sie jetzt ziemlich viele Monitors, weil da geht es jetzt rund und dann gucken Sie natürlich auf Ihr Kibana oder Sie sehen, meine Last geht hoch oder mein Traffic. Das jetzt wieder darauf an, es gibt viele, also ich kenne viele Umgebungen, die kümmern sich, da ist ein Error, da ist Hardware, spielt da immer weniger Rolle, da geht es quasi nur noch um die Metrik. Da geht es quasi darum, hat sich mein Gigabyte Traffic in einem VLAN potenziell um N Prozent verändert zu sonst. Ob da irgendwas auf Error föhnt? Egal. Ja, sondern da geht es quasi nur, da wird nur noch der Metrikwert angeguckt, aber Sie sitzen natürlich nicht immer auf Ihrem Kibana. Ein Beispiel, wie man es dann eben weiterverarbeiten kann, weil das ist das, was Logs-Dash-Net tut, wenn Sie mit der Event-Konsole und da ist Matthias und sein Team und wahrscheinlich 90 Prozent von Ihnen viel besser drin als ich, aber es ist eigentlich ganz einfach zu sagen, ich möchte diese Daten, die ich mir zusammengesucht habe, die möchte ich irgendwie auch in der Event-Konsole weiterverarbeiten. Dann gibt es einen ganz einfachen Weg, Sie können zum Beispiel den Syslog-Server enablen. Ich hoffe, können Sie einfach bestimmte Patterns an die Event-Konsole weiterschieben. Das heißt, wir nehmen dasselbe Beispiel und sagen, Sie nehmen den Syslog-Facility mit auf. Das heißt, Sie filtern bestimmte Patterns in Logs-Dash oder nach was immer Sie suchen wollen, das ist wie gesagt hier einfach ein Beispiel und schießen die dann direkt weiter an den Syslog-Server von der Event-Konsole und darin können Sie dann Korrelation machen. Das heißt, Sie können jetzt hier sagen, alles, was auf Error matcht, schiebe ich immer an den Syslog-Server weiter von der Event-Konsole und darin habe ich eine Correlation und sage, wenn du öfters kommst als 500 Mal, dann möchte ich das nochmal was passiert. Weil die Event-Konsole, so wie ich es jetzt verstehe, die speichert nichts, sondern die geht letztendlich ja auch nur im Durchlauferhitzer durch und macht aber die Aggregation. Das heißt, da lassen sich glaube ich beide Tools ganz gut verwenden an der Stelle. Das heißt, einmal die Realtime-Analyse, den Pattern-Match und dann aber die Korrelation in ein anderes Tool delegieren. Ja, ich bin quasi schon an der Zusammenfassung angelangt und vielleicht gibt es da noch ein paar Fragen. Zusammen, was es ist, der Charme der Lösung liegt in der Vielartigkeit der Inputs und Outputs. Das ist das, was Logstash ausmacht und das ist das, was Logstash auch zu einem guten Baustein macht, um es mit anderen Tools zusammenzuverwenden. Elastic Search ist eine super leistungsfähige Datenbank, ist aber auch ein einfaches Produkt, in das man sich auch einarbeiten muss. Ich bin natürlich, ich habe ja auch den Vorteil, ich habe die Präsentation, das heißt, ich kann draufschreiben, was ich will und es stimmt alles in der Präsentation. Wenn Sie aber fünf Elastic Search Knoten haben, eigene Replikas haben und wenn Sie da Terabyte Daten reinschaufeln, dann wird es vermutlich der eine Bin-Elastic Search Start nicht tun. Dann müssen Sie sich schon mal das Konfig-File davon angucken. Also das ist eine eigene technische Disziplin und wenn Sie mit Großdaten damit arbeiten, dann wird das Standard-Setup Laden starten nicht mehr funktionieren, sondern Sie müssen sich mit der Technologie auseinandersetzen, denn das ist letztendlich ein komplexer Technologie-Stack, den es zu verwalten gibt. Es ist unglaublich flexibel mit einem Query-Stack, jetzt habe ich mich verblättert. Und das Zweite, und das ist ganz wichtig, Sie sammeln immer alles. Es hat eben nicht den Ansatz, wie jetzt vielleicht auch ein Check-Log-File oder wie andere Tools, zu sagen, ich suche nach Pattern X und Pattern Y, vielleicht später, um es weiter zu transportieren, aber der Ansatz ist eigentlich, ich sammle alles. Alles, was bei mir als Log-File kreucht und fleucht im Unternehmen, stopfe ich da rein und dann gucke ich, ob ich irgendwas damit brauchen kann. Denn die Analyse mit einem Kibana, das macht eigentlich auch dann richtig Charme, wenn Sie zum Beispiel sehen, im Apache-Log ist das passiert, dann nehmen Sie ein zweites Log im Interface dazu, von der Firewall, von einem Sys-Log und von einem Load-Balancer und Sie sehen verschimmte Systeme in Korrelation. Sie können natürlich beliebige Log-Quellen in dem Interface zusammenziehen und dann kommen Sie an diesen Punkt, wo Sie Sachen erkennen in der Analyse, wie zum Beispiel, da war ein Puppet-Run oder Ansible und jetzt auf einmal geht meine Load nach oben. Dann haben Sie einen zweiten Punkt, wo Sie sagen, der hat ein Paket eingespielt und PHP XY performt nicht mehr so wie zuvor. Das sehen Sie aber nur, wenn Sie verschiedene Log-Quellen, den DBKG, den Sys-Log, den Apache-Log, alles zusammen haben und auch gemeinsam analysieren, dann kriegen Sie einfach da diesen Mehrwert raus und das ist der Charme der Lösung, was Sie da mit Logs an der Stelle erreichen kann. Ansonsten wäre ich jetzt erstmal durch und vielleicht gibt es noch ein paar Fragen und dann hoffentlich die Antworten dazu. Können Sie mal ein paar Sätze noch zum Thema Housekeeping sagen? Das ist ja bei so Log-Sammellösungen häufig ein Problemfall. Okay. Also das Housekeeping sieht so aus, dass Elasticsearch im Standard, das hat sich teilweise auch geändert, dass man es einmal wochenweise einen Index anlegt. Das heißt, Sie schreiben Daten rein und jede Woche oder jeden Tag gibt es einen neuen Index. Letztendlich darf man sich das vorstellen, den kann man auch mit dem Elastic HQ bearbeiten und jeden dieser Indizes, also jeder dieser Tagesscheibe, können Sie mit einem simplen Befehl einfach löschen. Das heißt, das Housekeeping sieht, und das ist eine reine Frage des Geldbeutels, was Sie als Housekeeping haben, da geht es nur ums Geld, da können Sie quasi sagen, ich lösche alle Indizes, die älter sind als, und dann löschen Sie die Daten weg. Sie machen aber an der Stelle keine Detaillierung mehr, welche Daten in den Zeitraum. Das geht, also Sie können mit Logstash sagen, Syslogs schiebe ich in den Index, die immer ein Jahr aufgehalten werden, Apache Logs schiebe ich in den Index, die nur einen Monat, das müssen Sie aber dann im Vorfeld wissen. Dann können Sie verschiedene Daten auf verschiedene Index, Retentions auslegen und dann die Daten löschen. Aber ansonsten, das System löscht nichts, das müssen Sie machen. Der hebt auf bis zum Out-of-Memory und Out-of-Storage-Exception. Aber Sie können, nur noch mal wichtig, wenn Sie unterschiedlich mit Retentions umgehen wollen, macht es Sinn, bereits beim Schreiben festzulegen, was ist das für eine Art von Daten, die in eigene Indexgruppen anzulegen. Das ist nur ein Parameter. Beim Schreiben in Elasticsearch können Sie sagen, welchen Indiz nimmst du. Das ist ein zusätzlicher Attribut für diesen Elasticsearch-Output und dann haben Sie das entsprechend schon einsortiert. Es ist auch sehr einfach, man muss nur drüber nachdenken. Du hattest zu Beginn und jetzt auch zum Ende ja besonders hervorgehoben, dass so viele Input-Quellen verarbeitet werden können. Dann hattest du auch gesagt, dass Redis oder irgendeine Message-Queue sinnvoll ist. Jetzt kann ich ja mit Syslog nicht direkt ein Redis schreiben. Was ist bei euch Best Practice dafür? Setz den Logstash dazwischen dann noch wieder, also schreibt Syslog an Logstash und Logstash in Redis und Logstash liest wieder von Redis oder habt ihr eine andere Lösung gefunden? Genau das. Also je nachdem, welchen Datenleferant du hast, genau wie du sagst, du kannst ja nicht von Syslog in Redis schreiben, setzen wir einfach einen Logstash dazwischen. Der sitzt quasi vor dem Redis, wie ich es in dem ersten Beispiel des Shipments quasi gehabt habe. Der liest das Log-File aus einem File oder an irgendeiner Quelle und legt es in Redis ab. Aber das Einzige, was dieser Logstash-Teil macht, ist eben quasi die Daten in Redis abzulegen. Denn der Vorteil ist dann, diese Logstash-Komponente, die quasi vor dem MQ liegt, die kannst du jederzeit rauf und runter fahren, weil du sagst, jetzt lese ich das Logverhalt nicht mehr. Das Problem ist quasi nur, wenn du zwischen Lese und Index-Vorgang in der Datenbank keinen Cacher hast, dann kannst du nicht mal deinen Index herunterfahren und ein bisschen was probieren, sondern du hast eigentlich das Problem, dass die dann sofort Daten verloren gehen. Und deswegen ist dieses Abstraktionsbeispiel nochmal da. Aber ja, wie du sagst, nochmal ein Logstash davor, Syslog Input, Redis Output ist das Beispiel dafür. Ich würde mal vermuten, dass das Ganze auch ziemlich abhängig ist, möglicherweise wie tricky man sein System letztendlich konfiguriert. Gibt es da so mal aus dem Nähkästchen geplaudert, irgendwelchen RAM-Discs, was weiß ich, File-Systemen, welche File-System-Typen sind besser als andere im Zweifelsfall fortzuziehen. Um Elasticsearch abzulegen? Ne, um grundsätzlich ein optimal brauchbares System halt zu haben an der Stelle. Ich bin mir nur nicht sicher, über die Frage jetzt nicht die verstanden habe. Also geht es darum, wo die Software läuft oder wo zum Beispiel Lasticsearch die Daten ablegt? Letztendlich, mir geht es jetzt eigentlich letztendlich um den Index. Angenommen, ich habe also letztendlich auf einem System laufen, um einfach mal ein bisschen rumzuspielen, mal Erfahrung zu sammeln, bei was weiß ich, so 300, 400 Logfalls, die kommen, das ist ein riesen Ding, aber wo man mal sagen könnte, okay, sollte man von vornherein möglicherweise so und so aufziehen das System, auch wenn man es später ja noch erweitern will an der Stelle. Okay. Also was eine Perspektive natürlich ist, dass in der Regel, so ist zumindest die Erfahrung, dass es immer eine Gruppe an Logs gibt, die werden sehr häufig analysiert und es gibt eine Gruppe an Logs, die analysiert man nicht so häufig. Aber man will sie halt haben, weil einmal im Jahr jemand kommt von der Revision und sagt, das, da würde ich quasi schon grundsätzlich am Anfang auch unterscheiden, in welche Indexbereiche sie spielen. Das heißt, ich kann, wenn ich Elasticsearch skaliere, sagen, ich möchte eine bestimmte Gruppe an Charts und Replikas zum Beispiel auf sehr performanten Servern verarbeiten, weil da weiß ich, ich habe eine hohe Suchfrequenz, die man dann halt mit SSDs ausstatten kann. Ich habe aber Daten, die werden auch immer wieder regelmäßig geschrieben. Die brauche ich aber nicht so oft. Dann kann man die letztendlich auch irgendwas ganz Langsames mit viel Platz legen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat quasi in dem Teil des Projekts beim Sizing weiß man schon relativ genau, wie ich mit den Logs später umgehe. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann auch später einzelne Indizes aus dem Elasticsearch umgruppieren, von einem Server auf den anderen. Und Elasticsearch ist auch so clever, mir dann bei der Suche die unterschiedlichen Daten zusammenzusammeln. Also er weiß, wo welche Daten im System sind. Eine ganz unfaire Antwort ist, desto teurer die Hardware, desto besser ist es. Also desto mehr SSD, desto mehr Wumms, desto besser geht es. Aber letztendlich, was Elasticsearch ja macht, durch dieses Mapping und durch die Indexierung der Daten zur Laufzeit, ist es so, dass die Abfrage auch auf einem klassischen Midclass-Server sehr, sehr gut ist. Also die Abfragezeit ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, ist es nicht wie ein Fall durch Parsen, sondern diese Geschichten, die wir vorhin gesehen haben, so etwas wie Aggregate bilden. Das ist etwas, was die Datenbank schon mitbringt. Das heißt, zur Laufzeit muss er quasi nicht dann ein File-Read über alles machen, sondern es ist eine gewisse Indexlast schon da. Das Zweite, was man auch machen kann, das ist das Thema Warm-Ups. Ich kann für bestimmte Segmente, wo ich weiß, die sind sehr groß, aber die sind indexrelevant und suchrelevant, kann ich quasi mit meinem Cache anheizen. Dann präpariert er mir entsprechend auch den Index und dann kann ich die sehr schnell auslesen. Erfahrung ist, dass meistens die Datenbank die Daten falsch balanciert sind. Also entweder man hat dann zwei, drei große Server mit SSD und da wird aber alles reingelegt, da werden aber dann auch auf die teure SSD-Daten reingelegt, die nie jemand anguckt. Und das ist eigentlich der Punkt, da kann man wirklich Geld spüren sagen. Das, was ich brauche, da habe ich zwei, drei Gigabyte, Terabyte, je nachdem nach Größe, da habe ich richtig schnelle Systeme und das andere liegt halt irgendwo, da kann die Auswirkung mit Kibana dann halt auch mal zwei Minuten dauern. Also wichtig ist eigentlich Wissen im Vornherein. Das ist die Empfehlung. Oder ich wiederhole die Frage. Ich wiederhole die Frage. Die Frage ist, ob es Authentifizierung, Autorisierung, Kibana hat in der Open-Source-Variante gibt es nichts. Es gibt eine Enterprise-Variante dazu, das nennt sich Shield. Vom Prinzip gibt es nichts. Also wer auf das Kibana kommt, kann alles sehen. Wir sind dabei, wir haben einen eigenen Proxy geschrieben, der das tut, für ein Kundenprojekt. Der macht nichts anderes als Shield. Also wir haben Shield nachprogrammiert. Das ist aber nicht Open-Source, weil es noch nicht fertig ist. Und sobald es fertig wird, wird es dann auch auf GitHub Open-Source sein. Und das ist letztendlich ein Shield-Replacement, der so ein bisschen mit Autorisierung umgehen kann. Also ganz klar, das ist in der Lösung an sich nicht so betrachtet. Sondern da ist so, wer auf das Kibana drauf kann. Man kann das so ein bisschen abstrahieren, dass man bestimmte Daten, wenn man es jetzt nicht feingranular haben will, sagt, bestimmte Daten kommen auf bestimmte Elasticsearch-Knoten, dass man die noch ein bisschen Zugriff schützt, ansonsten gibt es nichts. Da ist Greylock stärker in dem Bereich, was das angeht. Mir ist aber auch wichtig dazu, das ist auch die Stärke von so einem Ansatz. Also ich meine, klar, Security muss jeder für sich selber beurteilen, aber der Charme von so einer Lösung ist eben vielleicht auch Lock-Files zu sehen. In der Analyse und in der Korrelation, die ich sonst eigentlich nicht sehe, weil das macht die andere Abteilung. Aber das Storage-Log kann in Korrelation mit dem Oracle-Log natürlich auch interessant sein. Die Frage ist, ob man das intern irgendwie durchsetzen kann. Aber wenn man es kann, ist der Vorteil an der Lösung, dass man eigentlich so viel wie möglich sehen kann, weil dann kann man diese Querverbindungen auch herstellen. Ist Logs-Multithreaded? Mit dem Java, das drunter läuft, ja. Also der nutzt die Hardware gut aus. Wenn jetzt eine Auswertung via Elastic Search von Daten, die schon in der Datenbank vorhanden sind, also in einem Oracle irgendwas liegen zum Beispiel, umgesetzt werden sollen, wie wäre denn da ein sinnvoller Ansatz? Sagen wir mal. Also ich habe jetzt meine Oracle-Daten schon so weit vorgefiltert, wie ich sie gerne hätte. Beispielsweise irgendein Archiv. Ich würde jetzt gerne auf das Archiv mit der Elastic Search, weil ich dann eben praktisch nach allem suchen kann, also von einem Frontend her, halt losgehen. Also ich habe nicht die Möglichkeit, mit dem SQL auf die Datenbank zuzugreifen, sondern eben nur ein Frontend, was dann eben das umsetzt. Und würde dann auch wieder ein Logstash mit noch davor kommen oder wie würde man dann so ein Konstrukt umsetzen, sinnvollerweise? Also das heißt, dann haben wir Daten, die in einem relationalen ADBMS sind, dass man die auch in Kibana mit anziehen kann. Ist das so die Frage? Nein, eigentlich möchte ich so bloß mit Elastic Search nach irgendeinem Feld suchen können, weil es ja sehr zügig ist, das Elastic Search. Ach so, dann müssen Sie es in Elastic Search laden. Das heißt, die Daten aus der Oracle-Datenbank exportieren, CSV, whatever, mit dem entsprechenden Input, CSV, es gibt auch, ich bin mir nicht genau sicher, es gibt auch Datenbank-Inputs, die das auch können. Die sind nicht im Standardumfang dabei, aber es gibt Community-Plugins für Logstash, die von der Datenbank lesen. Bestimmte Tabellen in eine SQL-Query machen und dann automatisch die Daten in Elastic Search legen und dann werden sie entsprechend indiziert. Alles klar. Wenn Sie diese Daten nicht korrelieren wollen, brauchen Sie dann eben, wenn Sie diesen Oracle-Satz auch mit anderen Daten in Ihrem... Nein, das nicht mehr. Ich habe ein Archiv, wo halt bloß noch eben die Daten in dem Archiv schon bloß noch die Daten drinstehen, die mich als Archiv interessieren und ich möchte aber jetzt mit der Elastic Search, weil die ja relativ zügig ist, von außen halt auf diese Daten eben zugreifen, aber ich habe eben nicht... Aber Sie möchten nicht die Oracle-Daten mit einem anderen System korrelieren? Nein, das brauche ich nicht mehr. Gut. Na ja, das Problem ist, sind die Datenbank schon normalisiert? Ja. Dann ist die Datenbank schneller? Ja. Also die Datenbank... Also müssen wir uns was anderes aussuchen, um dann an die Datenbank zu kommen. Das Problem ist, die Daten, die Auswertung ist schlecht. Also Oracle kann natürlich die Daten in einem normalisierten Datenmodell immer schneller auslesen und im Zweifelsfall, wenn man es weiß, wie es geht, auch besser indizieren als Elastic Search, aber die Auswerteluxus schaut halt schlecht aus. Außer Sie haben irgendwie den Enterprise Oracle Superbilder, dann geht es irgendwie. Aber ja, kann ich verstehen, das ist ein valider Ansatz. Also dann würde ich mir die Daten aus der Oracle exportieren, CSV, Input machen, Elastic Search und dann können Sie mit Kibana die auswerten. Ja, das macht Sinn. Und Sie müssen sich selber natürlich nicht mit der Indexgestaltung in Oracle auseinandersetzen oder Materialized Fuse oder was es da so alles gibt, aber das ist halt wieder eine eigene Disziplin. Ja, das ist total valide. Alles klar. Okay. Hey. Have you tested the throughput, I mean, the log shipping throughput of Logstash compared to other solutions such as Kafka? What was the last thing? Kafka? Yeah. What did you say? Kafka? Yeah. It's different. So, for example, Kafka is just the message queue. Logstash totally depends the CPU performance on what you do with the filter rules. So if you just do input filter and then go to the output, then it's really, really fast. But if you do, for example, do a lot of pattern matches, do something like GeoIP where you have to look up every single line, then it's very CPU intensive. It absolutely depends on the basic log search rule which is underlaying on your system. So basic input output is very, very fast. If you do a lot of regex, you do a lot of enhancement of the log lines and it's very CPU intensive. So, but it performs very, very well. If you have more and probably your single log search instance is not able to do it, then you can scale, for example, that you have a single message queue based on Redis, RabbitMQ, Kafka. with specific log areas in it. Let's, for example, you have a Redis and you have Apache files, you have Syslog and PostFix and then you have various indexes working on these types of files. So if you have to scale it this way, you can probably have multiple log search instances querying specific elements in your message queue. Does it answer your question? Sort of, thanks. Kind of, yeah. I saw that this kind of kind of answer. Perhaps we can talk about that later on. Yeah, sure. Okay. Ich glaube, wir müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus Zuhören. Applaus Vielen Dank.